Ich habe zum einen sehr viel über die Hochschulpolitische Landschaft in der Schweiz gelernt, natürlich. Ich habe gelernt, lange Diskussionen zu führen mit Personen, die vielleicht nicht immer meine Meinung sind, aber dass man dann gleich zu konstruktiven Lösungen findet. Ich habe sehr viel verantwortungsbewusstsein, gelerntpflichtbewusstsein und selbstständiges Arbeiten. Durante meine Aktivität allinterno dell'Uso habe ich gelernt, dass es sehr wichtig ist der Kontakt und die Unione zwischen Organisationen, die objektive simili folgen. Denn wir als Organisationen studentische oft sind confrontiert mit den gleichen Problemen, aber wir haben unterschiedliche Möglichkeiten für diese Probleme. Und es ist interessant zu sehen, dass wir diese verschiedenen Projekte, die wir haben und zu finden, bessere Lösungen für alle. Außerdem habe ich gelernt, dass es wichtig ist, aber auch realistisch zu sein. Denn man kann nur kleine Schritte machen, aber man muss nicht lassen sich stärken für das, weil wir globalerweise alle zusammenfassen werden. In meiner Zeit im VSS habe ich viel darüber gelernt, wie es ist mit Leuten zusammenarbeiten, von verschiedenen Gründen. Und ich habe gelernt, dass es nicht immer einfach eine gemeinsame Meinung zu bilden, wenn so viele Leute involviert sind. Und eine effektive Kommunikation ist immer sehr wichtig. Das werde ich sicher noch in vielen Bereichen weiterhin brauchen. Was ich aus dem VSS mitnehme ist, obwohl die Schweiz auch ein relativ kleines Land ist, haben wir so viele verschiedene Studierendenschaften und an so vielen verschiedenen Unis, die alle einige andere Gesprächskultur haben, andere Positionen, andere Vorstellungen, was Studierende machen können. Und dann mit allen zu arbeiten, die andere Vorstellungen haben, sind wir nur eine Vertretung, sind wir eine Gewerkschaft. Da muss man viel, viel diskutieren und viel mitnehmen und auch Brücken finden, um da mitzuarbeiten, um die Positionen, die wir gemeinsam als Verband beschlossen haben, auch durchzubringen. Und das werde ich eigentlich mitnehmen, dass unsere Studierendenschaft, wie sie funktioniert zum Beispiel, einfach nicht die einzige ist. Und es gibt so viele verschiedene Wege und wir können innerhalb ein paar Jahren immer neue Ideen haben, wie wir uns strukturell aufbauen und wie wir in Zukunft die Uni nachhaltig bewegen können. Musik Musik Musik